Herzlich Willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit Arezo. Ich bin Arezo. Unsere beiden K.O. Spieler stehen auf. Das ist gut. Wir sind im Spiel gegen die Mumien. Gegen welche Mumien doch gleich. Ich finde es immer wieder irritierend, dass hier kein Team-Name steht. Oben steht meiner, ja? Okay, wir müssen verteidigen. Feldspieler vorne, das ist schon mal gut. Blitzer vorne, nicht so gut. So, ich gehe jetzt ein Stück nach hinten. Haben wir irgendwo noch einen Feldspieler gerade? Nee. Tja. Dann ist das hier wohl unsere optimale Aufstellung schon. Wie viele Leute haben wir jetzt gerade? Neun immerhin. Okay, uns fehlen tatsächlich nur... Ja klar. Zwei Verletzte. Dann fehlen uns natürlich auch nur zwei. Äh, in der ersten Halbzeit haben wir im letzten Zug tatsächlich noch einen Touchdown abbekommen. Sehr peinlich. Gegen Untoten sollten wir, äh, sollte ich mit den Hohe Elfen eigentlich klarkommen, rein theoretisch. Allerdings habe ich auch eine Weile nicht gespielt. Ich schiebe es einfach darauf. Weil ich habe eine Weile nicht gespielt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel gerade. Morgen in der Blood Bowl Liga kann ich mich da nicht mehr rausreden mit, weil da habe ich ja am Vortag gespielt. Ich bin ja wieder voll drin. Äh, der stellt sich nicht sonderlich stark vorne auf. Ah, okay, doch. Er holt jetzt seine Leute, okay. Hm. Die Mumien von denen sind ja schon mal ziemlich heftig. Ich bin überrascht, dass, ähm, der Portokase bekommen hat. Mit den zwei schwarzen Mumien. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dem Team. Wenn man nicht nur bei den Mumien, sondern der hat ja auch noch Ersatzspieler. Dürfte ich dir mal zeigen. Da. Gut, äh, ja, so sieht es doch ganz gut aus. Oh. Oh. Uff. Oh, ein Stoß. Yay. Mumien und Tour kann sich einen Spieler aussuchen, der direkt unter dem Ball läuft. Toll. Ist gefeuert. Wer hat gerade geworfen? Ich sehe nicht, wer geworfen hat. Schade. Der wäre jetzt so gefeuert worden. Hat er noch mal Glück gehabt. Okay, das könnte schmerzhaft werden. Okay. Eine Lähmung ist in Ordnung. Geht definitiv schlimmer. Ah, sehr gut. Er muss direkt einen seiner Reboots wieder aufgeben. Läuft also im Prinzip genauso wie in der letzten Rode am Anfang. Er wirft relativ häufig die Doppelknochen auf. Was es umso erstaunlicher macht, dass ich hier nichts auf die Reihe kriege. Ja. Na klar, 4 Reboots, das ist schon eine ganze Menge. Habe ich ja auch. Ja. Ja. Okay, diesmal konnte er den Ball aufnehmen. Das ist glaube ich der sogar, der den Touchdown in der letzten Runde gemacht hat. Ich würde ihn gerne töten. Eben aus genannten Gründen. Aber jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen hier hinten weiter aufstellen. Ach Gott. Und. Autsch. Da fällt die menschliche Fackel. Aber steht zum Glück bald wieder auf. Jetzt kommt nochmal um. Okay. Wir stellen mal. Wenn ich hier jemanden hinstellen würde. Ne Moment. Wir können. Ach wir können Tor hier hinstellen. Dann können wir mit Tony Stark blitzen. So. Wunderbar. Gegen Block wäre geschützt gewesen. Gegen Stolper nicht. Und rum. Aber leider keine Rüstungsbrecher. hier. Und. Ja. Hier stellen wir uns auch mal einfach daneben. Damit wir zuschlagen können. Und. Ja. Klappt wunderbar. Auch nach hinten bitte. Und wir bleiben wieder. hier. Ich möchte ja nicht unbedingt die Konfrontation. Ist mir etwas zu. Frontal. da kann ich jetzt auch nicht wirklich was dran ändern. Tja. Tut mir leid. Ihr Prügelknaden müsst jetzt ausstehen. so. Luke Cage. Ähm. Geht ein bisschen. Mittiger nach hinten. So. Ja. Ganz genau. Die Mitte getroffen. Sehr gut. Man hätte sich vielleicht auch am Logo orientieren können. so. Die Mumien sind echt ein Problem. Ich kann sie so gut wie überhaupt nicht umwerfen. Durch das Unterstützer machen sie alle ziemlich stark drum. Rundrum. Autsch. Und sie sind eben auch selbst stark. Autsch. Ja. Nicht nur, dass sie gut umwerfen können. Durch Knochenbrecher können sie eben auch sehr gut dafür sorgen, dass jemand dadurch Folgenschäden erleidet. Deswegen werden wir hier eben langsam zurückgedrängt. Da wird es mir nicht leicht machen. Er will nicht vorbeilaufen. Er will sich ganz langsam nach vorne stampfen. Und er hat auch die Zeit dafür. Ich meine, er ist eins in Führung. Das heißt, ich bin im Zug zwar. Das ist relativ alt. Achso. Ne. Ok. Durch Unterstützer natürlich. Haut das hin. Und. Autsch. Autsch. Gut. Keine Verletzung. Das ist gut. Hm. Verzwickte Situation. Ok. Er muss wieder ein We-Wool benutzen. Oder ganz super hin. Lähmung für Herkades. Sehr schön. Das könnte tatsächlich jetzt so geholfen haben. Wenn. Oh Gott. Äh. Ja. Vielleicht war ich da doch etwas voreinig. Wir bekommen hier keine Zusatzstärke. Die Stärke alleine reicht mir. Nein. Nein. Da kommen wir nicht durch. Hm. Hm. Die Frage ist. Ob es sinnvoll ist. Hm. Hier bekommen wir einen Würfel. Toll. Hm. Okay. Aber ich nehme den einen Würfel. Obwohl. Ich nehme dann doch wahrscheinlich lieber zwei. Äh. Ja. So. Woosbanner gegen Konrad den Bösen. Und. Woosbanner gewinnt. Woosbanner gewinnt so gut wie immer. Weil er einen guten, treuen, grünen Freund hat. Der nicht so gut gefreut ist. Und. Wenn er eigentlich hasst. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Ist also vollkommen. Ähm. Okay. Wir verstärken hier noch ein bisschen. Und. Und. Schieben. Okay. Ist in Ordnung. Ach. Verdammt. Leider kann ich ihn nicht auf den Beiträger schieben. Aber da. Immerhin. Bringen wir so ein bisschen durcheinander. So. Hier haben wir leider immer noch nur die zwei Negativwürfel. Bei denen der Gegner entscheiden kann. Wer. Ah. Welcher Würfel gewählt wird. Das gefällt mir nicht. Wir brauchen ja schon zwei. Richtig positive Dinge. Ich meine. Die haben auch Glocken. Ja. Moment. Oh ne. Die haben keinen Glocken. Okay. Also zwei halb positive. Hätten wir auch schon gerecht. Ach. Da kann man Glocken setzen. Ein Postdown. Gut. Nur Schieben. Das ist in Ordnung. Ja. Noch ein Stückchen. Und die Lücke hier ist offen. Das wäre nicht so schlecht. Also wenn er den Beiträger generell nicht weg bewegt jetzt in diesem Zug. Dann kann ich eventuell jemanden einfach daneben stellen. Beziehungsweise vielleicht sogar einen kleinen Angriff machen. Mit einem Würfel ist es vielleicht ein recht. Obwohl. Ne. Ne. Aber ich kann Ewan. Wie zum Teufel. Wenn man den Namen Ewan auch ausspricht. Aber vielleicht immer einen wegkicken. Um dann neben dem Rückenquetscher zu stehen. Auf jeden Fall wird er den Rückenquetscher nicht hier nach vorne bringen. Dann würde er direkt neben zwei Leuten stehen, die aufstehen können direkt. Dann breitet er sich tatsächlich auf den Pass vor. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Generell könnte er sich natürlich auch immer noch umentscheiden. Und hier nicht auf sich hier nicht einfach durchrammen. Sondern zur Seite gehen. Und vorbei schlüpfen. Und eigentlich vorher noch mal. Ne. Auf den Gruß geantwortet. Ja. Geschlagen von einem Ghoul. Wie peinlich. Oh. 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 Mach was. Du hast nur noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, 2, 1. er läuft da hinten hin was soll denn das werden ich meine da muss ich ja im Prinzip nur hier angreifen das ist ja gar kein Problem also fast kein Problem Leute steht auf ihr habt zu tun also quasi die sollen sie ja gar nix tun Werferfänger sollen sie hier nur drauf vorbereiten im Fall dass es bald was zu tun gibt Feldspieler nach hinten als Absicherung oh verdammt schon wieder ein GoFall übersehen ja wir verstärken unsere Präsenz hier hinten nochmal mit dem Werfer warum nicht ok kein Problem das kriegen wir hin sehr gut nicht gut mal los 2-1 miteinander ist unwahrscheinlich und Bowstone ist wunderbar danke ja 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 hm 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 so wir wir positionieren uns einfach mal direkt beim Beiträger beim Neuen das Spiel macht dann manchmal sprachlos ist total doof für Letzte wer äh der ist grad gelaufen ne ja allerdings haben das die meisten guten Spiele drauf und und erst recht die meisten Spiele bei denen man würfelt selbst sowas wie Mensch ärgere dich nicht wenn da der Gegner auf einmal sein gesamtes äh auf jeden Fall verbringe dort meine Leute und kann hier gleich ohne Probleme durchlaufen nicht schön Lähmung auch nicht schön mir fällt grad auf er hat seine Leute hier gar nicht aufgestellt die waren doch gar nicht gelähmt oder? hm hat er die einfach vergessen wie ich vorher mit Steve Watchers so geht man aber nicht mit seinen Spielern mit Arsch das sah auch irgendwie ein bisschen abfällig aus dieser beiläufige Tritt ja gehen wir aus dem Weg zack so behandelt man aber keine falschen Schieden wenn sie behalten äh was hast du jetzt zuvor mir fällt grad auf ich hab dem äh sogar zu verholfen den noch schlimmeren zu bekommen hier also äh den beiden noch schlimmeren zu geben so Autsch der vorher hatte nur ausweichen der hier hat ausweichen und blocken ein sogenannter Blodger zumindest nennt äh der Finn die so welche die eben gleichzeitig blocken und dodgen haben und naja geht wenigstens kann ich so wieder rumlaufen und vielleicht noch nein der Start ist jetzt doof ach Gott der Schatz kriegen wir hier nicht ich bräuchte wirklich den Ball um ihn einfach mal nach vorne zu kriegen ich hab ja schon Leute die da stehen ich jetzt die Fortschraster am besten mal so positionieren dass er wirklich direkt hinlaufen kann falls er irgendwann mal den Ball bekommen sollte ich bin sogar dran ähm er hat bewegen kann 6 7 8 rein theoretisch müsste es jetzt äh auch voll so auch noch genau oder jetzt haben wir die zwei jetzt haben wir die zwei Bewegungen und bräuchten zwei äh jetzt haut's hin ja ich würd sagen wir stellen uns hier todesmutig ein obwohl ist auch schwierig sich da todesmutig einzustellen Tony Stark steht erstmal auf die die sobald es mir tut muss auch erstmal hier aufstehen hm mach ich hier tatsächlich den Angriff mit einem Würfel jetzt eigentlich ungern ok wir stellen uns mit Luke Cage hier hin oder ach Gott ich weiß schon wieder nicht was ich tun soll 33% Chance ist selbst mit einem Ausweich ja einfach nicht gut ich weiß was ich mache ich stell mich hier hin und komme dann von hier dann kann ich mich nämlich auch hier direkt hin positionieren ok der fällt aus ist klar ok der fällt aus ist klar was wie äh also naja verdammt geht ja nur wenn da tatsächlich noch ah wenn da tatsächlich noch alles verbaut ist so äh umsortierte Gedanken gut Tor kommt wieder ein Stück zurück und das war's ich brauche jetzt wirklich grad mal ein bisschen Glück das doofe ist er hat ein paar Glückprävention namentlich eben die Rewards wenn er jetzt mal einen Doppel Sky hin gehauen würde und direkt danach noch einen das wäre gut am besten jetzt direkt beim ersten Angriff hoppala gut dann eben nicht jetzt bringt auch noch meine Formation durcheinander aber man kann der hier trotzdem nicht einfach so durchlaufen ich meine klar er hat ausweichen und der ist aber wirklich schiebeaffin gerade ok der kann sich nicht bewegen das ist schon mal gut der Ball bleibt also in dieser Runde auf Position nicht so gut ist dass man dort so gut wie gar nicht herankommt die Mumie wird höchstwahrscheinlich hier noch mit Witchers angreifen ja schiebt und schiebt er schiebt oh ok ja das ist tatsächlich besser damit damit bekommt er die Wirtschafts natürlich auch vom Ball weiter weg und eine Verletzung toll warum nicht ein Punkt rüstungswert ja warum nicht ist ja nicht so dass wir das schon hätten bei einem beziehungsweise doppelt bei einem hier wo haben wir es denn äh Schildepunkt äh Schildepunkt verliert einen Punkt des Rüstungswerts aber müsste eigentlich schon auf 6 runter sein ich glaube nämlich Howard hat vor allem statt tot eines äh einen weiteren Punkt verloren ist mir echt unerklärlich wieso der hier eine Protokasse am Anfang hatte weil mein Team tatsächlich ja schon mit Verletzungen reinkam ohne Ersatzspieler und alles wahrscheinlich sind die Ghouls einfach überhaupt nichts wert aus Sicht der Protokasse ähm 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 nein das ist nicht wirklich besser ähm ähm verprügeln wir eben eine Mumie damit auch mit klar da da mal ein ausweichen mit bei ähm 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 ich glaube wir haben uns nicht richtig verstanden so gut geht sehr gut nur leider kann ich damit immer noch nicht angreifen jetzt hin ähm ja ich denke hier noch ein bisschen weiter auf Abfangenposition und so im Prinzip kann ich jederzeit der Theorie der Theorie äh hätte ausweichen würde ich es versuchen das können wir tatsächlich probieren sehr gut und nicht unbedingt optimal aber es ist relativ gut gelaufen ein eingelähmter Gegner war eigentlich auch schon wieder etwas das ich nicht hätte tun sollen ich an seiner Stelle würde jetzt einfach stallen so heißen einfach zubauen und nichts weitermachen bei alles was er jetzt noch an Angriffen macht erhöht bloß äh unnötig seine Risiko er kann den gerade optimal verteidigen innerhalb von äh drei Bunsen würde ich dir an den Ball nicht rankommen wenn er es einfach zulassen würde beim besten wählen gerade nicht aber er wählt den zweiten Punkt und es besteht durchaus die Chance dass er kriegt eine gute Chance jetzt müsst ihr den Ballträger erledigen und dann äh dann noch mit dem Werfer den Ball aufheben und rüber werfen in einem Zug dann hätte ich eventuell sogar noch eine Chance auf den Sieg wenn ich das jetzt im nächsten Zug schaffen würde ist natürlich sehr sehr unwahrscheinlich da wirst du wirklich jeder Würfel hinhauen und die haben eine Tendenz ist nicht zu tun also nicht hinzuhauen ja ok der will auch nur eine Verteidigung gerade aufbauen obwohl er könnte auch versuchen hier gerade Käfig aufzubauen der nach vorne gehen kann wobei das auch eher wieder aussieht als wir da einfach nur versuchen wollen dass ich keinen Touchdown mehr hinkriege und yay ouch ahhhh was hat die Fletschers eigentlich für eine Verletzung dürft ihr mir nur noch kurz wagen bitte äh danke naja Verletzungswürfe werden schlimmer erstmal steht unsere Besicherung hier wieder auf ähm so Tja, wie kommen wir jetzt an den Ball ran? Die offensichtlichste Antwort wäre ja nicht. Ich hoffe, das ist nicht die Antwort, die ich gerne hören würde. Ne, da kriegen wir keinen zusätzlichen Punkt. So, wir verstärken hier, dann können wir den nämlich loswerden, hoffentlich. Sehr gut. Und zack. Damit hätten wir Einwürfe. Das ist etwas zu wenig. Haben beide Blocker? Nein. Ja, da musst du ausweichen. Das gefällt mir natürlich nicht. Jedenfalls nicht bei der Ausweichchance. Am liebsten würde ich den Blitzer benutzen, um dann tatsächlich den Beiträger zu treffen. Ich habe Mühe. Also, warum nicht? Darum weiß ich. Verdammt. Da wollte ich einfach zu viel. Autsch. Oh. Ach komm, das habe ich nicht verdient. Verpasst das nächste Match. Okay, klar. Hätte ich ihn umgeworfen, dann hätte ich nämlich noch mit dem Blitz hier reingekonnt. Wäre wahrscheinlich... Ja, da hätte ich auch nur zwei rote Würfe gehabt. Wäre auch nicht gut gewesen. Okay, wenn er ihn jetzt so offen stehen lassen sollte, da hinten, hätte ich noch eine Chance. Eine winzige. Dann müsste ich ihm nur den Ball aus der Hand schlagen, dann eben einen guten Pass hinkriegen und... Ja. Dann wahrscheinlich noch einen Pass in der nächsten Runde. Normalerweise, also wenn man nur das Spiel sehen würde, würde ich auch weiterhin sagen, einfach verteidigen, fertig. Aber der will natürlich auch die drei SSP für seinen Ghul haben. Besonders, dass der dann wieder ein Level abfette. Kann man natürlich gut gebrauchen. Hier könnten wir einen Angriff setzen. So natürlich nicht. Aber den können wir auch auf dem Weg schlagen. Das sei denn... Okay, er steht natürlich mit dem hier wieder auf, das ist klar. Dann haben wir hier einen Würfel. Ah klar, wenn er mit der Mumie hier angreift, da hätte er einen Würfel für. Oh, zwei Würfel? Warum hat er da zwei Würfel? Okay, er schiebt rum. Oh, aber damit hat er mich in eine bessere Position gebracht. Hier, Hanky Pym kann damit angreifen. Und Tor, K.O., toll. Also er hat durchaus Pech, wenn es um die eigentlichen Würfel geht. Also, die Blockergebnisse. Aber wenn er dann den Block hingekriegt hat, die Verletzungswürfe, beziehungsweise die Rüstungsreicherwürfe, die kriegt er gut hin. Leben, K.O.s, Verletzungen, vorhin sogar ein Tod, den ich zum Glück auskurieren konnte. Und lauf. Nicht steifern, nicht steifern. Was zum Teufel? Meine Elfen haben vergessen, wie man elft. Klar, war eine lange Zeit, die sie nicht spielen durften. Aber trotzdem, sowas vergisst man doch nicht. Jetzt helfen wir wirklich nur noch die Doppel-Doppel-Toten-Köpfe. Obwohl, auch die würden... Ne, klar. Hier hat er ja auch keinen. So, ich hätte jetzt noch Doppel-Doppel-Köpfe, bitte. Das war nicht, was ich wollte. Autsch! Tja, und damit beendet ihr das Spiel. Beziehungsweise eine halbe Runde haben wir ja noch. Wir können ja jetzt jetzt rückschlagen. Ja, hoch ab. Vier versetzte. Und diesmal steht auch keiner auf. Also von mir steht keiner auf. Bei ihm die Mumie natürlich. Warum nicht? Ja, der springt jetzt einfach so viele wie möglich nach hinten. Damit nichts mehr passiert. Und ich kann nur noch versuchen, ja, insgesamt sechs SSP rauszukriegen. Aber eben drei Leute an der Mitte-Linie stehen lassen muss. Prost-Riebend. Wirklich. Nicht schön. Ganz schlimm wird es ja gleich, wenn ich die Statistik mir angucke. Jetzt geht es ja noch. Noch fünf Leute auf dem Feld reicht doch, ne? Noch ein Klinik mit fünf. Wir haben... Ah ja, klar. Es sind elf und keine zwölf. Ja, okay. Also standardmäßig. Perfekte Verteidigung, toll. Die Köln, da kann ich zu frei sein, eine Formation umstellen, toll. Die aus dem Bild. Na, komm, nehmen wir den. naja wir schlagen zuerst mal zu so er will sich offenbar schon verabschieden schüttelig klappern von der Welt in den Strat schümmelten Fallen wegen habe ich überhaupt nicht jetzt ist die frage was will ich lieber ich glaube ich nehme lieber den einen halbwegs sicheren ssp 0 zu 2 verloren ein touchdown des gegners pro halbzeit erstaunlich wie beweglich die mumien sind wenn es gerade nicht im spiel ist im spiel der toll jetzt bräuchte ich auch ein bisschen geld um meine leute aufzuprobieren und viel bekommen nur 1000 immerhin tor hat den mvp bekommen damit hat auch am meisten generell bekommt tony stark und clint barton haben jeweils zwei punkte ich glaube einer davon durch pass also einer müsste tatsächlich zwei passen Pässe gemacht haben ja zwölf Prozent bei Besitz gegen 75 Prozent nachher wie viel ist ssp hat der denn ja auch 5 Prozent zu 14 16 19 19 gegen 9 doofes spiel hat mir jetzt nicht wirklich gefallen aber immerhin hat tor ein level ab klar die verletzungen die meine leute bekommen haben sind nicht ohne hier reed richards hat jetzt sind nur noch sechs rüstung power zu duck hat nur noch sechs rüstung johnny storm fehlt jetzt okay ein match das ist nicht schlimm aber hoppala ja das ist das nächste match aber generell war die runde ziemlich schrecklich so stufe aufsteigen bitte okay einen geschicklichkeitspunkt kann ich mir holen das tun wir dann auch bei einem werfer nicht schlecht so und das reicht dann jetzt auch erstmal für heute mit blattbohr ich meine klar ist ein spiel bei dem man durchaus sehr lange dranbleiben kann aber wenn man eine weile nicht gespielt hat muss man sich erst mal wieder eingewöhnen also ich hoffe es hat gefallen wir sehen uns in der nächsten folge da dann im blattbohr turnier dritte runde wobei ich eben die ersten zwei nicht spielen konnte leider das heißt ich starte direkt mit zwei niederlagen nicht schön aber passiert eben manchmal gut wir sehen uns lebt wohl hinter das kommentare adios